In diesem Jahr haben wir acht Menschen, die in der Gemeinschaft der Bundesrat und der Familie aufgenommen werden. Nachdem wir euch was auf uns sagen, brauchen wir heute die Hoffnung, es ist der Aufmerksamkeit gekommen und an die wir aufmerksam werden sollen. Dieses Buch war euch nicht nicht die Geschehen, sondern auch von der ganzen Gemeinde. Neben der praktischen Hilfe, die ihr den Pfarrer stellvertretend in die Gemeinde gehalten, soll ihr heute in der Welt auch ausrufbarer Freude und Zeit von Gottes Glaubens an Jesus Christus sein. berry Jus Christus,